Herr Kanzleramtsminister, ich würde Sie gerne fragen, denn auch wenn die AfD-Fraktion die Position nicht teilt, so ist es doch Ziel der Regierung im Rahmen der Agenda 2030 und auch Ziel der Ampelkoalition im Rahmen des Koalitionsvertrages, die CO2-Emissionen auch im Energiesektor massiv zu senken. Wenn wir aber ein Fazit ziehen, dann stellen wir fest, dass zwischen 1995 und 2022 die CO2-Emissionen im Energiesektor gerade mal um 31 Prozent gesunken sind. Trotz Hunderter von Milliarden Euro, die in diesen Sektor geflossen sind und trotz eines massiven Anstiegs der Strompreise. Und das Ergebnis am gestrigen Tage war, dass in Deutschland über 600 Gramm CO2 pro Kilowattstunde emittiert worden sind. Wie gesagt, nach über 20 Jahren des Bemühens und nach über Hunderten von Milliarden von Euro, während Frankreich gerade einmal 50 Gramm, also ein Zwölftel davon, pro Kilowattstunde CO2 emittiert hat. Herr Kanzler und Herr Minister, sind Sie immer noch der Meinung, dass Deutschland mit seinem Sonderweg, der von keinem anderen Land jemals beschritten worden ist, in der Lage ist, die von der Regierung und der Ampelkoalition gesteckten Ziele zu erreichen? Und wenn ja, was soll das die Bevölkerung noch kosten? Vielen Dank. Ja, das ist das erklärte Ziel dieser Bundesregierung. Sie haben darauf angesprochen, Deutschland hat unter verschiedenen Regierungen den Weg gewählt, dass wir aus der Nutzung der Atomkraft aussteigen wollen und gleichzeitig die Erneuerbaren massiv ausbauen wollen. Ich glaube, inzwischen ist anerkannt, dass der Neubau von Atomkraftwerken ökonomisch nicht sinnvoll ist. Die Gestehungskosten bei den Erneuerbaren liegen deutlich drunter, sodass alle Projekte, die ich kenne, mit deutlichen Kostensteigerungen zu tun haben. Wenn Sie auf den CO2-Ausstoß anspielen und Frankreich als Beispiel nehmen, im letzten Winter hatten wir die Situation, dass wir unsere französischen Freunde mit deutschem Strom aus Gaskraftwerken versorgen mussten, weil über die Hälfte der französischen Atomkraftwerke vom Netz ging. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass bei uns die CO2-Emissionen hochgegangen sind, während Frankreich keinerlei Emissionen hatte. Vielleicht erklärt das ein bisschen, was Sie an Zahlen geliefert haben. Sie haben eine Nachfrage, Herr Dr. Kraft, bitte. Ja, mein Wert von 600 Gramm war gestern. Der war nicht letzten Winter. Und es ist schön, dass Sie die letzten Winter zitieren, denn Frankreich ist dabei, uns jede Nacht mit seinem Strom auszuhelfen. Die Exportstatistik Europas ist auch so, dass Frankreich der unangefochtene Exportmeister Europas ist, was Strom angeht, und das zu Preisen, die weit unterhalb von dem sind, was die Bundesregierung ihren Unternehmen, ihren Industrien und den Bürgern anbieten kann. Auf europäischer Ebene und auf globaler Ebene haben sich dieses Jahr zwei große Initiativen zur Förderung der nuklearen Erzeugungskapazität gebildet. Also ganz offensichtlich ist das Investment in Atomkraft nicht out. Die Frage ist, will die Bundesregierung sich an einer oder an beider dieser Initiativen beteiligen? Kant. Und ich hatte Ihnen geschildert, dass die Gestehungskosten für neu errichtete Atomkraftwerke deutlich, sehr deutlich über denen für Erneuerbare liegen. Wenn Sie andere Zahlen haben, würde mich das sehr interessieren.